Diagonalview.de heute in Hongkong, wo die Geister hungrig sind. Und es gibt nur eine Sache, die diese Gule hier im hungrigen Geistermonat glücklich macht. Und das ist ein herzhaftes, riesiges Essen. Doch was essen die Geister wohl am liebsten? In diesem Fall scheint nur Papier sie zu besänftigen. Und um ihnen mal etwas anzubieten, werden in diesem Ritual einfach mal große Papierschiffe angezündet. Das Ganze, um böse Seelen aus der Hölle abzuschrecken. Alle kommen hier zusammen, um ein Boot anzuzünden. Und damit macht man etwas richtig Schönes, um die toten Menschen zu retten. Und wenn das sie nicht glücklich macht, ja wen oder was könnte man dann noch rufen? Das Ganze, um gut zu retten zu wetten, um die Homestandung zu retten. Aber das ist ein Problem. Vielen Dank.